So Leute, herzlich willkommen bei meinem Video. Wir sind hier unterwegs mit Gruppenkeile. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, abonniert mich, ich würde mich freuen. Hallöchen, Adi! Ja, und der Tyler ist auch bei uns. Und ich freue mich so, dass alle so da sind. Und nicht bei den Adi. Da muss ich wieder mit rein. Ist er überhaupt da, dieser Eremit? Ja, der ist da, der hat eben genug getan. Eiko, hast du den Kommentar unter deinem letzten Video gesehen? Ja, ich habe schon noch gar nicht gehört. Ja, und ich habe auch den ersten Like gemacht. Und ich bin OG-Abonnent von dir. Was? Ich bin OG-Abonnent von dir. Ja, ich habe schon abonniert, als du noch nicht mal 10 Abonnenten hattest. Stimmt. Das stimmt. Da muss ich dir recht geben. Was hast du denn jetzt erst vor? Er hat jetzt 50 oder so. 47. Drei fehlen noch bis 50. Ich bin gerade nicht super tot, oder? Ich würde mal sagen... Oh, Digger, ihr schwarzer Ritterschild. Ach, wir spielen nicht Gruppenkeile, wir spielen jetzt Team auf einmal, okay. Hier sind Season 2 Spieler. Da muss ich also aufpassen, wir spielen nicht Gruppenkeile, Leute. Ich muss nicht aus der Rüge gehen, es ist Team geworden. Hier sind zwei Season 1 Spieler, oder Season 2. Ach, hey, wir spielen mit Squad? Ja, deswegen, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt hast du sechs, 47 Abonnenten, und gleich hast du noch den, also 48. Nice. Ja, guck mal, bei 100 Abonnenten machst du Abonnenten special. Wenn ich, wenn ich bei 1000, bei 1000 mach ich was Besonderes. Ja, okay, bei 1000 machst du 24 Stunden Stream. Ja, das auch. Dann mach ich extra Urlaub von der Arbeit. Hast du jetzt ne... Ach, ey, ja, moin. Also... Let's go, Creator Code? Krieg ich erst ab 1000? Das ist das Problem. Im Moment muss ich alles selber finanzieren. Hä? Creator Code? Digga, ne Schniper! Gibt's erst ab 1000? Schnibber! Let's go, Creator Code? Krieg ich von Epic Games noch nicht. Creator Code, Jesko? Hab ich leider noch nicht. Jesko, Creator Code? Sehr nice bei 1000. Ich hab nur ne Sniper, Digga. Hier unten sind gefühlt 20 Gegner. Habt ihr ne Waffe schon nicht? Ich hab nicht meine Waffe! Ich hab ne Sniper, Digga! Und ich hab jetzt grad mal... ...eine Sache. Verbände. Hä? Ich hab ne Treppe geplaced. Ist so ein Boot, der bei jetzt vorne. Er ist hier vorne, Digga. Er ist so schlecht, Mann. Nieder scheiß... Junge, ich könnte das zusammenschlagen, als ich das scheiß Rotfilm war. Ich hab ne Sniper, ich hab ne Sniper, ich hab ne Sniper, ich hab ne Sniper. Ja, musst du schnell hochkommen. Hinter dir, Bela. Ja, Digga, ne Sniper, ne Sniper, ich hasse dieses Game, Mann! Gerade. Dann die nächste Runde, da wird's wieder. Digga, guck mal, der hat schon wieder ne lila ne Combat und ich hab ne blauen Sniper, Junge. So ne Scheiße. Bela, was hatst du für ne Waffe? Ne Blau Sniper. War da nice, oder? Ja, Digga. Er hatte ne grüne Eier und ne lila Ne Combat, Alter, alles klar. Wollen wir, wollen wir, wollen wir Mörder-Mack auf meiner Map zocken? Jetzt, ich hab ne Mörder-Mack zu bauen. Nein, lass mal Gruppen keine zocken, Digga. Nein. Du machst Popcorn, ich mach' nicht, du bekommst Popcorn. Du machst Popcorn. Du machst Popcorn. Du machst Popcorn. Ja, lass mal einfach noch ne Runde zocken. Ich mein, gestern haben wir auch ungefähr 10 Runden gezockt und erst die letzten 2 gewonnen. Jetzt haben wir grad mal eine Runde gespielt. Ist auch erst meine erste Runde gewesen. Digga, fast niemand hat diese ne Mode, Alter. OG, wie sie. Außer Adi, der hat den, das weiß ich. Und jetzt bin ich schon wieder klitschen, Ars. Jetzt bin ich schon wieder klitschen, Ars. Jetzt hol mir mal mein Tablet noch raus. Also jetzt hab ich grad über mein altes Samson abonniert. Jetzt wo? Jetzt tue ich noch über mein Urweiter Tablet zu äh, abonnieren. Und irgendwann tue ich da auch über meinen einfach weg. Hast du schon auf dem alten Nen die abonniert? Ja. Ja. Ja, Digga, abonnier mal auf allen, auf allen Geräten, dann hat der die 50 voll. Du wirst mir sogar direkt als erstes vorgeschlagen wollen, Lennart. Hallöchen. Lennart. Jetzt guck mal, ob der eine Abonnenten hat. 48. Ah ja. Live Streams funktionieren ja bei mir im Moment nicht so wirklich. Es liegt nicht am Rechner, es liegt an meiner Leitung. Wer kauft dir da ne bessere? Ja, ich hab schon ne gute. Ich hab ne 200 Mbit Leitung hier schon, aber äh, der Provider hat so, so will ich eine hohe Netzstörung. Ich will ne Glasfaserleitung haben. Ja. Wir gehen wieder Fatal. Ja. Shorty. Shorty. Nice. Ja, gehen wir Shorty oder Fatal? Ich würde am liebsten Pleasant Park gehen. Wisst ihr warum? Weil ich da Aufgaben erledigen habe. Fatal. Fatal. Das ist heute... Zone Wars. Schade, dass die ganzen hohen Stationen wechseln. Kommt einer mit Longchicken? Die ganzen Himmelsstationen wechseln. Schade, dass sie wechseln. Ach, tegal, Longchicken geht Gegner. Mann! Ich hab keine Waffe, ich muss Feld gehen. Der aber nicht verarschen. Krieg die neue Sniper. Kann ich auch so viel mit anfangen. Also wenn ich jetzt wieder eine Sniper oder so kriege, dann vercamp ich mich im Feld. Ja, okay, AK und Revolver. Besser als gar keiner. Kommt schon mehr Bela? Besser als gar keiner. Hast du ne Pamp oder so? Nee. So ein Ficker, Digga. Ich bin ein Ficker, Digga. Ist so, wie muss das sein? Ich bin ein Ficker, Digga. Das ist so, wie es so sein muss sein. Ist so, wie es so sein muss sein. Ist so, wie es so sein muss sein. Digga, er ist... Er ist Fake No-Skin. Ja, ich bin ein Ficker. Ich bin ein Ficker. Nehmt mit mir goes. Bela komm mal helfen. Ok, er ist im Feld davon wieder. Bela. Bla. ja und der weg ist auch unpointiger erst mal auf 4 3 ja ich mache das mit metall zugebaut ja mal von der anderen seite jetzt kurz meine karte ich leite und die akk oder meinung der anderen der brain auf karls da stand die der für die die glaubst du war im hoch ey stick out was denn don't go don't go tyler tyler hallöchen absolut breiter alle ich habe noch verbände für euch alle ich habe 100 hier liegt noch eine grüner K hier was ich habe auch Packs kommen alle her und wenn dies und mini Adi komm her ich habe mini und Southpacks Mann Emireth komm doch mal her oder sei nicht immer so lost junge brain up ja ok die Bannys liegen hier kann niemand mitnehmen das sind 15 ich gucke doch schon ja ihren mitnehmen mitnimmt von mir mach mal auch abkriege lass mir hier in Ruhe doch ich glaube wieder völlig falsche Richtung ich brauche Pampamo Digga wir sind recht gut in der Saun ich glaube das wäre sogar eine Saulty Saun ok wir gehen nach Lucky Jungs wir gehen nach Lucky Hallo ich habe Southpacks ah die mini für dich ja ich komme ja Digga warum nimm warum lässt du das nicht die Liege oder ja Bipo ich geh alle er hat jemand Pampamo nein hallo ich bin noch da hast du Pampmusikon Mini Pamp Adi drop mal die Pampmusikon Digga die hier aus Versehen an die gegeben ok ok hier ist auf Pex ja Junge wenn er so brainerfk selber schuld an Schott dass er mal was sagt ich hatte es erst schon geworfen als er seines grad genommen hat so ab mal Lucky ich komme die diese Pampamo aus Robela 7 insgesamt 4 das für diese schnelle Pamp Alter da muss jeder hinten headshot sein alter das ist da er hat geliebt hat seine waffen gedroppt ich habe seine guten waffen aufgenommen hier waren gegner glaube ich erstmal abchecken nein die waren keine gegner erstmals mit dem automat laufen hat du bist so ein guter ja ja und das was sie genommen wahrscheinlich bekommen hat und dann ist gar aus dem epischen automatisch ich habe menschlappen ich glaube blau kombat hallo ich habe noch mal so oft die blau kombatiger noch eine grüne mp die habe ich auch kompettner ja es gibt eine blaue tag haben gerne ich habe auch noch mal saufpacks ich habe auch mehr saufpacks ich habe auch mehr saufpacks ah ne brauchen wir ja nicht könnt ihr euch mal ich habe erfolgt ich habe ich mir warten ich habe spart gesehen ich bin ein nein nein hier sind schlopper ja ich nehme den schlopper mit jetzt kommt dann wieder mitnehmen ich will die kann ich nicht mitnehmen ja ich habe das voll hier du bist so wichser alter ja zu einer grauen pistole alter digga kann mir jemand mitnehmen ich bin voll ich habe auch ich habe es drei verbände die verbände für die weg wir haben 15 adi hat 15 jetzt habe ich ja warum gehst du denn sohn jungen guck mal wie nah die ist die sohn braucht ich weiß was sind wir denn hier noch großartig fahren ja jungen jetzt gibt es überall auf der map alles war die ganze blauer k Und den Bus Den hat dein Vater Annenlos Hehehe Du kannst die Wolken Du hast die Wolken gehört Ich hab erstmal die Kissen hoch Ja Danke Ich muss mich nur auftanken Hier, Digga, komm mal schon jetzt Ich bin ein Gotige In meiner Fuji-Wall Fort würde gebaut Ja Hat jemand von euch noch zum Teil gebaut? Nein Ah doch, vielleicht wäre ich Vielleicht wäre nicht Komm mal jetzt Komm mal jetzt hier her zu mir Pela, du bist der Einzelne Ja Digga, ich lauf auf den Berg rum Mit dem Maul Pela Robert Robert Es ist fertig Oh Gisela, mach mal hin Ich hab' nicht Ich möchte eine Schnelle Robert 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 Da geht noch nicht Da geht noch nicht Da geht noch nicht Da geht noch nicht Sind die Gegner? Ja Ja Ja, Digga Oh Oh Robert Closerino Er ist gelandet Gerade erst Ich weiß Aber trotzdem ist der Klaus Oh, der ist ja Erstmal richtig hinsetzen Ich bin gleich voll Holz Guck mal ein paar mehr Digga, farm selber Nein Ich hab' die ganze Zeit gefarmt Nein, Mann Klar Digga, als ich den eben geholt habe Ich bin fake, er hat gewundert mit Nein, Mann Doch, Mann Er hat alles im Fight gegen mich verbaut Das liegt noch nicht Nein, Mann Hier ist ein Big Shady Kann ich dich mitnehmen? Da sind ein Gegner Da Da Der werden Minis fliegen lassen Wie viele Minis waren das? Weiß ich nicht Digga Das war's komplett Komm mal, Junge Was macht ihr denn? Ich bin doch unterwegs, alter Wir können auch nicht schneller laufen Was können wir dafür, wenn du so weit vorläufst? Ach ja, Junge Fick euch ins Knie, alter Ey, Digga, guck doch mal, wie kommt doch schon Digga, ich bin laut Digga, ich bin laut Seid die schlechtesten Mails Seid die schlechtesten Mails Ich kann keine Wand bauen Ich sple- ich spleyser die ganze Zeit erbaut nicht Ich spleyser die ganze Zeit erbaut nicht Was ist mit ihm? Wieso... athlon Vzeko, kommst du bei jemandem mit reingedoin? Jo Okay Der hat eine öffentliche Lobby und bist du vorhin rausgegangen weil ich noch eine runde spielen wollte das war gerade erst die lobby voll ist glaube ich ja er läuft die ganze zeit vor dann stirbt er und dann sagt ihr zu uns die schlechtesten weil er die ganze zeit vorläuft ist aber der klassiker meistens ist der von gestern mit dem wir den witz geholt haben wirklich ja ich dachte jetzt eigentlich voll korrekt so er ist so einer wenn seine wenn seine freunde nichts mit anderen personen zu tun haben wollen da muss er mit denen obwohl er dafür dann nicht mit dem was zu tun haben wenn die anderen mit dem so ist es gewesen im unterricht ja es geht ja überhaupt nicht wenn dann seine was die runde davor nur hingeholt jetzt schon wieder top 10 4 kills aber keine ahnung wenn ich immer jetzt meine frage das ist meine antwort also eher lieber nicht richtig ich bin auch lieber bei teams weil ich habe eine mörder map gebaut ja aber ich schon gleich eine gruppe wieso also wie viel sind wir jetzt dann zu dritt wir sind jetzt zu dritt ja aber dann können wir ja trios zocken war so am anfang oder ja ja guadda Wieso bin ich unter die Schräge reingekommen? Ich wollte auf die Schräge, oh egal Die Schräge reingekommen Ich bin unter die Schräge reingeflogen Aber eine gute Runde Und seit wann zockst du schon, Adi? 16 Uhr Warum? Ich wollte nur wissen Direkt nach der Schule angefangen, oder? Ne, ich hatte 14 Uhr war ich zuhause Ja, hab ne Pizza gegessen, hab ne bisschen Schule Also, ich hab mir was für die Schule angeguckt hier morgen Und dann hab ich Als ob Du hast für die Schule schon gemacht Egal, wenn ich schon sitzen bin, dann darfst du auch nicht verkacken, Alter Mit schlechtem Zinsen Das stimmt allerdings Ich will keine vier auf Ich möchte keine also sagen So, ich werde was feinlich eh nicht komplett schaffen Aber ich will keine äh Das kommt man bei mich ab Ja Wohin? Der Block? Wohin? Mir ist egal Ja, Lucky gehen, oder? Lucky? Wohin? 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 Der Block? Wohin? Die Pause Ich hab gar keine Pause Naja, aber ich dachte, wir haben frei Eigentlich dachte ich, haben wir eine lockere Woche, aber Jetzt trinken wir ja doch durch Und so trinken wir wieder Also habt ihr keinen frei? Ne Außer Leonard, Leonard hat zwei Wochen Leonard hat noch zwei Wochen frei, aber wir nicht Naja, es leckt so hart, der Arm Ja, es leckt wirklich so hart So bescheuert eigentlich, dass ich ja viel mehr freue, aber naja Ist eh lustig, dass ich das hier Dass man immer so ständig äh Das nicht bescheuert Pause hat Ne, es geht eigentlich Eigentlich geht es aber Gerade geht es schon ein bisschen auf den Sack Mit uns geflogen hier, oder? Ist sie alleine? Ja, ja Ein Team glaube ich Ich hab Saufpacks Nein, wir sind da Ich habe, warum ich jetzt Ich bin Sie Was Be奶ade Sie Le teles Auf Takt Sie 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 Einen habe ich. Digger von oben auch noch kommt noch einer hinter dir jetzt guck mal schnell hier an der ecke jetzt kommt dabei die vor abkommelte jetzt wo bist du denn gelacht hast roboter geholt ich hab zwei down gekriegt hier vorne ist der einfach drauf eine rocke sei von rock ist drauf links links hier wird rock ist drauf ok Hebe meine Karte und seine Lennart-Karte auf. Links, links. Perfekt. Ok, und jetzt ein Battle Bus. Rechts, 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 hinter dich. Der Battle Bus ist links, hinter dir. Rechts. Ich habe schon gesagt, dass man aus dem Roboter einziehen kann, also das wäre noch kranker. Das wäre zu vieles Gutes. Helle, ich konnte gleich aktivieren. Holt mal eure Waffen erstmal wieder alles. Ja. 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 Bestimmt nicht viel. Wer kommt mit dem Roboter? Ich. Ja, ihr könnt ruhig zocken. Ich schieße. Jetzt lass mich mal rein. Ok, jetzt schieß mal. Äh, zu dir, es ist zu verstanden. Ja, ja. Na vorne. Schön. Ich steck mal beide aus, steck mal beide aus. Warum? Achso, ja. Noch weg. Jetzt guck mal. Zerstampeln. Obwohl man einfach bekommt. Oh mein Gott, Digga. Tschüss. Geh mal rechts ins Haus. In das andere jetzt. Und das nächste. Tschüss. Warte, lass mich. Schaut mal. Ich hab mal. Hä? Wir haben uns zur Falle. Ich muss da reingehen. Jetzt hast du die Falle. Oh cool. Ja cool. Wir müssen mal den Kinken holen. Warte, ich komm gleich wieder rein. Er ist ein bisschen geaktiviert. Er ist ein bisschen geaktiviert. Willst du auch noch Metz haben? Hä lol. Dominik? Okay, du mal den Tempel zerstören. Wenn Lennart den, äh, äh, wenn Dominik nicht genug passt. Ja. Du den mal, äh, mit den Füßen zerstrafen. Ja. Mit Füßen. Auch mit uns. Aber mit den Füßen. Willst du auch noch Metz haben, Dominik? Nee, passt schon. Na, ey, ich hab 1200. Ach, krieg ich schon hin. Krieg ich schon hin. Wirklich? Ja. Mach mal weiter nach hinten hier so. Okay, ist ja nach vorne. Okay, Stein bin ich gleich cool. Jasko bist du auch stein cool? Ja. Okay, dann, äh, dann lass mal nach Fatal. Dann lass mal nach Fatal. Dann könnt ihr mir ruhig bis zu Stein geben. So viel Steiner. Jetzt gut, du musst schon nach vorne boosten. Warte, komm her. Ja. Ole ass. Das sollte ich dir ausweichen. Wieso? Das sollte ich die Zone. Ja, okay. Ey, man kann auch auch ein Roboter tanzen. Adi. Ja. Ne, passt schon. Kannst du mit dem Roboter tanzen? Ne, passt schon. Ja. Ja. Tanze ich mal mit dem Roboter tanzen. Ja, dann müssen wir mit dem Roboter tanzen. Ja, come on. Ja, come on. Jetzt, tanze ich mal. Ich will mal nur sehen, wie es aussieht. Sie richtig bescheuert aus. Ah, gut. Okay, weiter gehts, Jasko. Was ist? Ja, das finde ich schon wieder lustig. Ja, kann ich machen. Jasko, darf ich mal ganz kurz in den Roboter runter rein? Ja, kann ich machen. Ja, kann ich machen. Jasko, darf ich mal ganz kurz in den Roboter runter rein? Ja. Lennart? Steck mal aus. Jasko, steck mal aus. Gut. Guck mal, jetzt gewartet. Ja, hat die Leute abzuse? Ja, hat die Leute abzuse? Ja, aber hatte die Xbox auch von Ule. Wird auch ein update gehabt. Ja. Ilol, so wie den guck mal digger. Ja, ich weiß schon. ich höh nisch super wo die ein Das ist nicht so cool, Alter. Nein, nein, du hast die Drogen. Das ist nicht so, ne? Das ist nicht so, ne? Das ist nicht so, ne? Oh, nein, du hast die Drogen. Das ist nicht so, ne? Maschallah, Bruder. Wir schießen jetzt doch. Metall ist das noch nicht tollste hier. Hier ist noch eine Kiste. Hier ist aber eine Kiste. Weil die stampfen hier. Jetzt schon. Hier ist noch eine Kiste bei mir. Lass mal kurz zum Ludloch. Ich geh kurz zum Ludloch. Das war mal nicht durch. Bei uns nicht mehr. Jeste mal kurz kommen. Jesco komm. Ganz kurz. Ganz kurz raus. ganz kurz raus ok und jetzt wieder rein ok hin da habe einen genockt habe einen genockt hoch jetzt go wo ist der letzte von den raus aus jungs adi raus da alles gut Und Jesko, keine Panik auf die Kran. Ich hab zwei Lagerfeuer. Ich hab zwei Lagerfeuer, Jungs. Hab ich auch. Okay, Jesko, lass mich mal wieder laufen. Lass mich mal laufen. Hier ist natürlich ein Lagerfeuer. Hä? Nein, war Jesko. Ich hör's gleich. Soll ich zücken? Nein, warte, warte. Deswegen. Der Roboter bekommt nämlich auch wieder ein Leben dazu. Ey, cool. Aber ich muss los. Der Roboter. Der Roboter. Der Roboter. Der Roboter ist. Aussteigen, aussteigen. Hä? Ich bin reingezogen. Jesko, aussteigen, aussteigen. Jesko, was machst du denn? Du wirst den Sitzplatz wechseln. Ja. Einsteigen. Ich will noch einen Lagerfall kapieren. Das war's. Weg Jesko, weg Jesko, weg. Jesko, weg. Aussteigen, weg. Ich bin tot. Ja, Adi, ich habe ein Problem. Ich werde nicht allein gehen. Ja. Das ist gut, aufsteigen. Andy, weg. weg ja ich werde sterben alles klar nicht gemerkt aber man liegt nicht auf dem Boden du musst schon sagen wenn du mit der schädelndet wird weil ich kam genau in den Moment raus und dann bin ich in die Sao und hab 19er B gehabt oh ich nehme jetzt ja okay Willkommen Perfekt Jungs geht schmeckt die Faust alter Digga was mit ihm falsch gelaufen so Jungs ich glaube ich geh jetzt drauf ja ich hab jetzt noch eine Runde und dann geh ich können wir creative zocken Was ist denn jetzt, Jungs? Was ist denn, 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 Jungs? Du kannst ihn nicht bauen und nicht abbauen. Ja, weiß ich. Perfekt. Was ist denn, Jungs? 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 Ja, Moin, Jungs? Ja, Moin, Jungs, Jungs. Ich muss, Jungs? Ich muss ja mal essen und fertig machen. Ich guck jetzt einfach nur YouTube. Bis dann, Jungs. 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 ich war auch schon sehr aufwürdig ist dabei ich musste heute mein portland neu installieren es wollte nicht mehr starten aber wenigstens hast du ja dein account noch dass er das einzigsteig ist na ja und es wurde dann aber dann konnte ich nicht aber da habe ich ein m da das ist gut ja ich bin ja auch groß das wohin gehen wir megamall vielleicht ich würde am liebsten kann ich sagen dass die depot er geht um auch er kommt an dieser land auch reden er spricht aber sehr leise spricht fast gar nix er hat wie alt bist du also er kommt es von mir anders aber ich bin fast 20 aber jekos was älter kann man sagen habe ich ihn weg gezogen ja ich habe ein ich habe den 60 hp weggegenommen er ist in der anderen halle in welcher halle ich töte ihn in deiner halle walter da kommt er raus der war das genau da hinten hat sich einer geschossen da hier von hinten nee das ist ein no skin aber das ist doch er hat sich in die wiese gesetzt den hast du nicht gesehen da kommt er für die in deiner halle ach schade schade mich ist geleckt ja was wangen hat schon zu oder wangen wangen ja wir hatten ja auch mal was wangen 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 ich in stadt in diesem wangen steine beurte in die 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 das Das ist geil, Station Schalldang spielen, ich hab das noch nicht gespielt. Ihr könnt zocken, ich hab auch wenig Bock auf das. Ihr könnt ruhig zocken, dann zocke ich solo. Oh ne. Oh gut, da oben legt ein Schott an. Die hol ich mit. Ja. Wo gehen wir hin? Das ist mir egal. 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 Ich komm gleich, Jungs. Wir nutzen alles hier. Das ist mir egal. 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 justice dann habe ich auch Wir wollen das, was gemacht ist. Ein ist da. Noch 5 HP. Oh Mann. Ah, schade. Oh nein, nein. Oh mein Gott. Oh, das hat einen benutzt. Ja. Hast du einen Slipe gesehen? Ja, habe ich. Also, ich hab's nicht mal anzuschauen. Was einfach rauskommt mit rauskommt. Oder wär's nicht... Hätt was wär... O.B. Außer... Nimm auch diesen Rossmeister-Skin. Wer ist da? Ich weiß nicht, ist auch noch viel los. Hey. Hi. Hi. Hallo, ich bin der Günther. Hi Günther. Ja. Verwechselt mich aber bitte nicht. Ich bin Günther. Und nicht Günther. Ich weiß wie du heißt. Ich bin der Günther. Ich bin der Günther. Ich bin der Günther. Guck mal, ein Frau-Skin in Low-Skin Variante. Ich bin der Günther. Du hast schwarzer Ritter, ne? Nee, du hast rote Ritter. Ja. Guck mal, da ist ein Low-Skin mit so einem Bart untermund. Und mit so einem komischen Helm. Nein. Ja, das... Ja, ich weiß, das ist Renegade Raider, aber ich finde Renegade Raider eh nicht krass. Ah, alles. Jekko, kannst du mir mal nachjoinen? Nö, ich spiel'n jetzt Aufgaben. Du Jekko? Ja, ich hab grad gehört, es müssen Biest-Aufgaben noch erledigt werden. Ja, ich muss noch sieben. Ja, ich muss noch sieben. Richtig, das die Depot und Pleasant Park siebenmal. Mach dir das alle bitte mal als Gruppenhilfe, dann mach ich das auch. Ja, ich hab's als Gruppenhilfe gemacht. Ey, wie, ey, gibt's eigentlich schon dieses neue Tilded? Ja.